Hallo, ich bin Heime, Heime Beck. Ich bin Deutsch-Colombianer und Integrationshelfer aus purer Leidenschaft. Freundliche Menschen, denen es auch ein großes Anliegen ist zu helfen und es hat ihnen gefallen, wie ich arbeite, etwas unkonventionell. Ganz unakademisch habe ich mich gebeten, diese Videos zu machen. Okay. Und jetzt, was machen wir jetzt? Genau, wir waren bei der Woche. Bei der Woche, also. Wochentage und so. Wochentage. Erst müssen wir davon ausgehen, dass eine Woche etwas abstraktes ist. Und deswegen versuche ich Ihnen zu helfen, indem ich etwas begrenzte Zeit anzeige. Das ist die Woche und es hat eine Mitte und es hat Tage. Insgesamt sieben Tage. Okay, sieben Tage, die Woche, sieben Tage und am Ende ist Wochenende. Okay? Man muss auch wissen, für manche von Ihnen ist das Wochenende Freitag und Samstag und Sonntag ist ein normaler Arbeitstag. Deswegen betone ich den Samstag und den Sonntag ein bisschen anders. Okay? So, wir haben in der deutschen Sprache den Vorteil, dass fast alle Wochentage mit dem Wort Tag enden. Und daraus mache ich einen kleinen Rhythmus, einen kleinen Reihen. Und das, was aus der Reihe tanzt ist, ist der Mittwoch, der längst in der Mitte ist. Okay? Also fange ich an. Deine Hände, deine Hände, deine Hände. Der wird bis jetzt gut sein. Mon, Montag, Dienstag. Das wiederhole ich. Montag, Dienstag. Mittwoch, 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 Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Samstag, Sonntag. So, dann haben Sie Montag, Dienstag, Mittwoch. Das wird wiederholen und dann nochmal Donnerstag. Und dieses Tag betont irgendwie den Tag. Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Samstag, Sonntag. Dann in einem Bild. Aber erst danach. Das kommt danach. Das kommt erst danach. Wenn Sie es gelernt haben, wenn Sie es fast auswendig wissen, wenn Sie es so resitieren können, wenn ich nur mit der Hand mich hinzustellen kann und so mache. Ich mache nur da, 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 bam, 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 bam. Und hier unten am Wochenende mache ich so eine Glocke. Da sage ich, schlafen, verlafen. Da wird nicht gearbeitet. Da ist Musik, da ist Tansi. Dann verstehen Sie es auch als unser Wochenende. Okay? Und wenn Sie das schon auswendig wissen, wenn ich nur mit der Hand so so machen brauche, wenn Sie es schon selber resitieren können, wenn Kinder auf dem Stuhl stehen und selber das Ganze machen, dann kriegen Sie es irgendwo in schriftlicher Form zu sehen und dann geht es sofort ins Gedehnte. Dann sage ich Ihnen, guck mal, das ist die Woche. Das ist das Wochenende. Und das ist die Mitte in der Mitte. Mitte der Woche. Und dann haben wir jetzt ein Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Samstag, Sonntag. Okay? Und eine Bitte, wenn es gefallen hat, einfach liken oder noch besser weiter liken. Bis zum nächsten Mal.